Discofox-Tanzlehrer fordert, er fordert mehr Privatstunden, mehr, mehr, mehr. Hier geht es um deinen Discofox-Erfolg, also darum, dass du Discofox-Tanzen nennst über mich als dein Privat-Tanzlehrer, der dir in deinem eigenen Verwenden das Discofox-Tanzen beibringt. Wunderschönen guten Tag dir, sei gegrüßt, gegrüßt von mir, dem Sean, Sean Jerome McRae. Und ich sage es den Menschen immer wieder und ich sage es gerne auch dir, ich liebe es, Menschen tänzerisch zu begleiten, dafür zu sorgen, dass Menschen Discofox-Tanzen lernen. Denn hier geht es um deinen Discofox-Tanzerfolg und das bei dir in den eigenen Verwenden bei dir daheim. Wenn du dir vorstellen kannst, von mir, dem ADTV IHK World Dance Concil Gütesiegel ausgebildeten Privat-Tanzlehrer Discofox-Privatstunden nach Hause zu holen, wenn das für dich interessant ist, eine Lösung sein kann, dann der Vorschlag an dich, lass uns in Kontakt kommen über die Discofox-Nummer 0176 84044661.